Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem kurzen, hoffe ich, Follow-up-Video zu meinem Flitschport-Video. Das kam recht gut bei euch an. Ich hatte ja gehofft, dass der erste oder zweite, der was unter das Video postet, fragt, wo kann man denn das kaufen? Ja, das kann man nicht bei mir kaufen. Das ist mir zu großer Aufwand. Also das kann ich nicht leisten. Aber einer aus eurer Mitte, also aus meiner Community, vielen Dank an dieser Stelle, hat sich an den himmlischen Höllein gewandt und hat auf dieses Video hingewiesen und gesagt, hier, guck dir das mal an. Das ist interessant. Möchte ich bei euch kaufen? Ja, da hat sich der himmlische Höllein bei mir gemeldet und hat gefragt, ist das so? Willst du das verkaufen? Ja, will ich. Bin ich ganz glücklich drüber. Deswegen dieses Video, weil ich euch nochmal deutlich darauf hinweisen möchte. Ja, das kann man jetzt kaufen. Und zwar immer einmal dieses Aluminiumteil, was in den Rumpf geklebt wird und einen dazugehörigen Pin. Gibt es beim himmlischen Höllein? Link packe ich euch in die Videobeschreibung und pin den da an, den Link. Ja, das hat super funktioniert. Ich habe da ja ein paar, hatte ich ja noch ein paar Flitschports, die habe ich alle gleich mal zum himmlischen Höllein hingeschickt. Und ich glaube zwei Tage später, können auch drei gewesen sein, waren die wegverkauft. Genial, hatte ich nicht erwartet. Freut mich aber ungemein, dass da so viel Interesse dran besteht, an diesem Flitschport, ist ja auch ein tolles Teil. Das ist ja nicht reine Theorie. Die Dinger fliegen ja bei mir im Verein schon von mehreren Leuten, werden die schon geflogen und das funktioniert richtig cool. Also so gesehen bin ich euch da sehr dankbar, dass ihr schon meinen ersten Vorrat aufgekauft habt. Völlig, hatte ich nie erwartet. Aber okay, finde ich natürlich super. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich war fleißig, ich habe neue gemacht und die gehen in den nächsten ein, zwei Tagen zum himmlischen Höllein. Dann sind sie wieder verfügbar. Also klickt auf den Link, schaut euch beim himmlischen Höllein um. Ich bin ganz glücklich, dass ich da so einen tollen Vertriebspartner gefunden habe. Mehr wollte ich heute gar nicht. Ganz kurz, schlicht, simpel. Vielen Dank. Vielen Dank.